Der Zaraguchi, der Ball in die Mitte und das 1 zu 0. Und es ist so eine Traumgeschichte. Es ist ein Märchen. Grisha Pröbel, 15 Minuten und Jung geht in Führung. Da hat es irgendjemand heute ein ganz emotionales Drehbuch geschrieben. Maraguchi mit der Klasseflanke setzt sich durch auf der rechten Seite gegen Bela Kocab und dann Pröbel. Hier kommt die Szene. Strafbares Handspiel, ja oder nein? Hand geht klar raus von Tesche. Das Handspiel und Zaiwo Arvoni mit der Chance noch verhältnismäßig früh nach 24 Minuten auf 2 zu 0 zu stellen. Zaiwo Arvoni gegen Michael Esser. Arvoni, Martin Rhein, 2 zu 0 und Jung. Nummer 14 in dieser Saison für den nigerianischen Superband da vorne drin. Wie so häufig in dieser Saison fehlt es nicht an viel. So war es im Europapokal, so war es im DFB-Pokal-Halbfinale. Nur vielleicht reicht es. Arvoni, Arvoni mit der Chance und Arvoni mit dem 3 zu 2. Verwerft eure Reiseplanungen. Union geht's in die Europa League. Langer Ball von Christopher Zrillet. Dann viel Chaos, viel zu Oberbohr. Einer, der behält die Übersicht. Das ist Zaiwo Arvoni. Das ist der Unioner Roadrunner und Zobzor-Schütze. Und er legt ihn vorbei an Michael Esser hinein zum 3 zu 2. Technisch eingedicht, technisch überragend. Trikot aus, gelbe Karte, wen bitte interessiert. Raus das Ding, weg damit. Und dann das Ticket sichern für die UEFA Europa League. Der 1. FC Union Berlin schreibt Geschichte. Schreibt Geschichte erneut. Es ist die UEFA Europa League in der kommenden Saison. Ja, Christopher Trimmel 3 zu 2 gewonnen gegen den VfL Bochum. Lass uns mal nüchtern über die Partie sprechen. Ist das überhaupt möglich? Nein. Es wäre zu einfach gewesen, das 2 zu 0 ganz locker heimzuspielen. Das wäre nicht alte Försterei-like gewesen. Deswegen haben wir es wie immer spannend gemacht. Ja, es war sehr emotional, aber ich bin es ja schon gewohnt nach 8 Jahren Union Berlin. Trimmel 3, ich wollte es versuchen, ein bisschen steif zu machen. Ich kann nicht mehr. Es ist jetzt das 4. Jahr in Folge, dass immer am Ende das ja nochmal kickt. Wie geht es denn euch? Ihr müsst da irgendwann nochmal am Kopf. Ist nochmal Schluss? Ja, das funktioniert nur, glaube ich, wenn einfach jeder Einzelne alles gibt. Und das ist bei uns so. Egal ob Spieler, Trainerteam, Fans. Ich weiß nicht. Jeder einzelne Angestellte in dem Verein. Ich glaube, wenn einer ein Stück weniger gibt, funktioniert sowas nicht. Und das macht uns aus. Das ist Union Berlin. Und ich freue mich auf die Zukunft. Eine letzte Frage habe ich. Wir sind jetzt Fünfter geworden. Erfolgreichste Bundesliga-Saison unserer Geschichte. Ich habe ja das Gefühl, es geht immer weiter nach oben. Was soll da jetzt noch kommen? Ja, ich weiß es nicht. Also die Herausforderung wird größer werden. Ich weiß es jetzt schon. Klar, wir haben es in der Saison gut gemacht. Aber es wird schwieriger. Und wir nehmen das natürlich wieder gerne an. Und wir werden auch nächste Saison unser Bestes geben. Ich glaube, ich kann es jetzt schon sagen, die Bundesliga wird das Kerngeschäft bleiben. Ich glaube, viele Menschen werden jetzt nur von der Europa League sprechen. Aber die Bundesliga ist einfach die Basis. Da müssen wir liefern. Und die Europa League werden wir dann auch rocken. Trimmi, geile Band, geile Saison. Vielen Dank, mein Lieber. Basti, vielen lieben Dank für die Saison, sage ich mal. Stellvertretend für viele von uns. Wie hat es sich angefühlt, dein letztes Spiel zumindest jetzt aktuell? Ja, unglaublich. Also heute war nochmal eine ganz extreme Kulisse, finde ich, von Anfang an. Ja, das hat man echt gespielt. Wir sind auch super ins Spiel gekommen dadurch. Ja, war wie wilder Buch, dass Griecher dann auch das Tor macht nochmal. Gegen 2-0 Führung, dann sind wir allerdings ein bisschen passiver geworden. Dann war, ja, ich weiß nicht, vielleicht hatten wir ein bisschen Angst davor, dann das große Ziel zu erreichen. Aber ja, im Endeffekt mit dem 3-2, ich glaube, besser von ganzen Emotionen her kann es dann einfach nicht laufen. Das ist für uns mittlerweile mega anstrengend, weil immer am Ende der Saison das irgendwie so spannend wird und dann geht es ab. Hast du denn schon ein bisschen was gehört, was hier so nach der Saison, wenn sowas passiert, wenn wir so feiern, was hier passiert? Haben die Jungs sich so ein bisschen vorbereitet, was jetzt heute noch kommt? Ich lasse mich einfach überraschen. Ich weiß, eine Frage muss ich dir leider stellen. Also mich interessiert es vor allem, wie geht es denn weiter mit dir? Wir feiern heute Abend erstmal und ich denke mal auch kräftigst. Dann geht es morgen nach Hause und dann geht es erstmal in Urlaub. Dann freue ich mich sehr auf den Abend heute, freue mich auf deinen Urlaub und sage nochmal ganz lieben Dank. Jakob, ich möchte auch dir vielen, vielen Dank sagen für deine Zeit, die du hier hattest und möchte dir einfach die Gelegenheit geben, auch noch was zu sagen an die Menschen da draußen, an die Union-Fans. Schwer, was zu sagen. Es waren sechs, sechseinhalb Jahre, tolle Jahre. Wir haben viel, viel erlebt. Zum Glück richtig, richtig viele gute Sachen. Jetzt mit der fünften Platz ist natürlich nochmal Wahnsinn, was wir wieder hier geleistet haben. Ja, ich möchte einfach Danke sagen. Es ist ein schwerer Tag heute. Kannst du ihn trotzdem so genießen mit den Jungs, jetzt nochmal schön feiern? Irgendwie den Abschluss nochmal genießen? Ja, so gut wie es geht halt. Auf der einen Seite ist es toll, wir können hier was feiern. Das werden wir auch machen, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Kapitel. Es geht leider zu Ende. Ich kann dir sagen, ich freue mich immer wieder, wenn du herkommst und möchte nochmal vielen, vielen Dank sagen für deine Zeit, die du hier bei uns erlebt hast. Dankeschön. So ist gut, so ist gut. Perfekt, perfekt. Liebe Grüße an Berliner Pilsener. Berliner Pilsener, mein bester Freund heute Abend. Krischer, als du das Tor geschossen hast, habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt zu viel. Das ist jetzt zu viel, das ist jetzt zu viel Kitsch. Was hast du gedacht? Das ist nicht zu viel, ich will ein zweites. Nein, natürlich. Hätte kaum schöner sein können. Danke an alle Unioner, die heute da waren und an alle Unioner, die vor dem Fernseher saßen und an alle Unioner, die es überhaupt gibt. Ja, für die letzten fünf Jahre. Das war eine unfassbare Reise. Hat mir so viel Spaß gemacht. Hätte ich niemals für möglich gehalten, dass wir irgendwann Europa League spielen. Damals, als ich in der zweiten Liga unterschrieben habe. Von dem her, geil, dass ich ein Tor gemacht habe. Geil, dass es Taiwo zwei gemacht hat. Geil, dass wir heute ein Spiel gewonnen haben. Und Berliner Pilsner, geil für meinen besten Freund. Ja, Christian, ich hätte jetzt noch die Frage gestellt, was du noch an die Fans sagst. Das hast du mir jetzt quasi schon abgenommen. Was wünschst du dir für heute Abend? Dass die Fans einen schönen Abend haben. Nee, dass gefeiert wird. Union zum zweiten Mal in Folge international, das ist wirklich geisteskrank. Ja, es hat sich der Verein einfach verdient, weil einfach gut gearbeitet wird, weil es Spaß macht, weil Union Berlin so geschlossen ist, wie der Tresor vom Bresi. Nein, also Union ist sehr gut funktionierend. Der ganze Verein denkt in eine Richtung. Deswegen sind wir als Mannschaft zu so großem Fake. Und ja, hat sich jeder einzelne Union hier verdient. Und letztes Jahr war schwierig für euch mit der Corona-Pandemie. Deswegen haben wir gesagt, okay, geben wir halt noch ein bisschen Gas und qualifizieren uns für die Europa League, dass ihr auch noch ein paar schöne europäische Städte seht. Und vielleicht nehmt ihr mich ja mit zu einem Auswärtsspiel in Block. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Röscher. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Vielen Dank.